Ein wirkliches Allround-Talent ist unser Forever Alpha-E-Faktor mit der Artikelnummer 187. Eigentlich für die Gesichtspflege entwickelt, leistet er gerade bei anspruchsvoller und empfindlicher Gesichtshaut beste Arbeit. Aber auch im Bereich der Haarpflege, Nagel- und Körperpflege und sogar im Bereich der Tierpflege ist der Alpha-E-Faktor wunderbar einzusetzen. Genau, aber schauen wir uns zuerst an, wie wir den Alpha-E-Faktor im Bereich der Gesichtspflege nutzen können. Einer der wertvollsten Inhaltsstoffe zu unserem Aloe Vera-Gel natürlich ist hier das Vitamin E, deshalb auch der Name Alpha-E-Faktor. Und Vitamin E ist ein sehr wertvolles Vitamin für die Haut, gerade im Bereich Regeneration. Also der Alpha-E-Faktor kann deshalb wunderbar mit jedem Forever-Pflegeprodukt kombiniert werden, entweder zuerst pur auf die Haut aufgetragen und anschließend das gewünschte Pflegeprodukt obendrauf oder beide Produkte in der Hand vermengen und gemeinsam auftragen. Zwei, drei Tropfen reichen hier meist schon aus. Ich empfehle den Alpha-E-Faktor am liebsten in der Kombination mit einer Forever-Nachtpflege, wie zum Beispiel unserer Forever Recovering Night Cream mit der Nummer 46 aus der Flirtish-Ovo-Serie. Da die Haut sich ja in der Nacht regenerieren will und auch muss, ist das besonders toll. Mit dem Alpha-E-Faktor unterstützen wir sie hierbei absolut perfekt. Aber auch in Kombination mit jedem anderen Forever-Produkt ist der Alpha-E-Faktor besonders zu empfehlen. Eben besonders, wenn die Haut sich sehr trocken anfühlt oder zum Spannen neigt. Eine wirklich tolle Mischung ist auch ein Jelly, Artikel Nummer 61, Alpha-E-Faktor-Gemisch. Und, ich kann aus Erfahrung sagen, auch bei den Männern sehr beliebt. Dazu eine entsprechende Menge Jelly in die Hände geben, in die Handinnenfläche. Zwei bis drei Tropfen Alpha-E-Faktor dazu vermengen und auf die gereinigte Haut auftragen. Also für die Herren gerne vorher mit einem Schwämmchen reinigen. Bitte nicht abspülen, sondern kurz einwirken lassen und wie gewohnt weiter pflegen. Das ist ein echter Frische-Kick, schnell und unkompliziert. Genau wie die Männer es mögen. Wir Damen nehmen uns ja gerne etwas mehr Zeit für die Pflege. Und deshalb schauen wir uns jetzt an, wo wir dieses Around-Talent Alpha-E noch in unserer Pflege integrieren können. Zum Beispiel nehme ich perfekt als Nagelöl. Denn hier haben wir ja auch eine Haut, nämlich die Nagelhaut. Und die gilt es zu pflegen. Das ist besser wie abschneiden, denn dadurch kommt sie umso stärker wieder nach. Dazu einfach einen Tropfen Alpha-E auf das Nagelbett geben. Also da, wo Nagel und Haut ineinander übergehen. Einen Tropfen hinten drauf und einmassieren. Das kann man bequem vor dem Fernseher machen, also wunderbar in den Alltag zu integrieren. Oder auch zur Haarpflege ist der Alpha-E-Faktor bestens geeignet. Entweder gemischt mit dem Forever First Spray, Artikel Nummer 40. Dazu vier bis fünf Pipetten Alpha-E ins First hineinmischen. Als Sprühkur, die im Haar verbleibt. Oder den Alpha-E-Faktor einfach pur. Ein bisschen in die Handinnenflächen geben, verreiben. Und in die Haarlänge von Spitzen geben. Schützt das Haar wunderbar vor Umwelteinflüssen und verleiht einen tollen Glanz. Also überall da, wo man eine sehr beanspruchte oder trockene Hautstelle hat. Das sind oft Stellen wie Ellenbogen, Knie oder auch die Füße. Hier ist es immer ein besonderer Pluspunkt zusätzlich, mit dem Regenerationsserum Alpha-E zu pflegen. Und ich weiß, Bia, du verwendest den Alpha-E-Faktor sogar für deine Tiere. Genau, Ralf. Ich gebe mir zum Beispiel oft den Alpha-E-Faktor in die Hände und streichle so über das Fell meines Hundes. Das ist wirklich super. Er lässt sich so viel leichter bürsten. Und der angenehme Geruch von Alpha-E begeistert mich in diesem Zusammenhang auch. Also wirklich, ein Allround-Talent, der Forever Alpha-E-Faktor. Und sehr empfehlenswert, ihn immer griffbereit zu haben. Schauen wir uns die Vorteile noch einmal in der Übersicht an. Er ist für Gesicht, Nagel, Körper- und Haarpflege zu benutzen. Auch für die Tierpflege geeignet. Ist ein hochwirksames Regenerationsserum mit edelsten Inhaltsstoffen. Sehr sparsam im Verbrauch, pur oder zum Mischen geeignet. Gönnen Sie sich etwas Besonderes und geben Sie es auch an andere weiter. Sie sollten es sich und Ihre Haut wert sein.